Öffgenömmen. Hast du noch nicht öffgenömmen? Öffgenömmen! Ähm, ja, ich... Die nächste. Gesundheit. Ich hab noch versucht, vom Mikro wegzukommen. Hat, glaub ich, funktioniert. Ich hör's jetzt schon wieder, ey. Ja, was wollen wir machen? Weiß nicht, wir machen einfach weiter. Wasser, Verlies, Galaxie. Wasser, Verlies, Galaxie. Galaxie. Ich mach mal den Cursor da weg. Genau. Wusch. Das sehen die über Bioer leider nicht. Mit Cooperantrieb durch die Tiefen. Mare ich mal. Du kriegst ne Cooper Shell und musst durchs Wasser. Du kannst die töten. Ich helf mit. Skip, 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 skip. Ich dachte, das ist ne Wassergalaxie. Äh, hier ist Wassergalaxie. Aber du schwimmst ja nicht. Ja, aber hier ist was. Aber, aber, aber da oben ist das Rohr. Das bestimmt eben, ups. Nice, ey. Drei Kisten. Hallo, hallo. Nein, ich bin der, ich weigere mich. Da waren Kisten. Vielleicht kriegst du deinen Froschanzug. Echter Schwede, ey. Das sind die ganz alten Marios, ey. Ich lebe die ganz alten Marios. Ich hab mir eine NES gekauft. Das ist ja krank, ey. Das ist überhaupt nicht krank. Du bist krank. Nein. Lass dir helfen. Nein. Okay, dann lass dir nicht helfen und bleib weiter krank. Ich kann ja so eine Luftblase mitnehmen. Die stört auch gar nicht hinter mir. Okay, dann lass dich. Du kannst diese grummen Linger hier töten machen. Ich kann die hochtreten. Ich muss mal auf die Ziele. Wie zielen? Ach, mit dem Licht. Mit dem Licht. Ah, okay. Das mögen die nicht. Das hab ich gar nicht gesehen. Das ist ein bisschen empfindlich. Ich mein, die leben ihr Leben lang irgendwie in einer dunklen, verlassenen Höhle. Ja. Und dann kommt auf einmal hier. Bam, bam. Ah, Laser Mario. Laser Mario bin ich, Alter. Musst du die alle killen? Nö. Das macht Spaß. Ach, du musst nicht. Du machst es einfach. Ich mache. Einfach töten aus Spaß, weißt du? Das sind die Besten. Du stirbst, weil du keine Luft mehr kriegst. Tatsächlich, ja. Oh, hier ist eine Katze. Alter, hallo. Wo ist hier Atem? Da. Gib mir den. Ich komm nicht ran. Hab ihn. Alles lässig, alles cool, bleib mal flockig, bleib mal schön flockig. Ich hatte gerade echt ganz schön Panik, ey. Da blieb dir die Luft weg. Ich find's so witzig, ey. Du kannst krasse Wortspiele. Ja, ne? Richtig hart, ey. Welche ist denn das? Das ist die weiße, mit grauem Fell. Lucy. Jetzt wissen alle, wie deine Katze heißt. Aber nur die graue, mit weißem Fell. Oder ist die weiß, mit grauem Fell? Man kann sehen, wie man's will. Oh, das erinnert mich an... Bin ich tot? Ja. Nö. Du kannst dir da eine neue holen. Boah, ich bin Torpedo Mario. Mach Torpedo Mario, Alter. Ist das schön, ey. Hier, guck dir's an. Das ist richtig kacke zu lenken, echt wirklich. Das glaub ich dir, ey. Wirklich, wenn ich gerade so schräg reingegangen bin, Alter, das war nicht cool. Das ist echt... Boah. Alter. Ohne Sch... Ich wünschte, ich würde das machen können, allein um zu wissen, wie das ist. Jetzt geht's gerade, aber wenn... Jetzt schwöre mich. Ja, das hält mir ewig, ne? So, ich dachte, ich kann jetzt hier so durch Torpedo oder so. Nimm dir mal so eine Shell mit, ey. Ich glaube, das ist... Die sind supposed da, was man hier... Kannst du hier töten? Ich kann ihn nur halten. Okay. Ja. Geht wohl. Nee, aber mit den Torpedos, das war echt ganz schön komisch gerade. Ich hab Atem. Luft und Sonne. Das muss ich öffnen, Alter, ey. Ist mit Absicht so gemacht, glaube ich. Nee, nicht ernsthaft. Nein, ey. Da ist kein Stern drin, Mann. Der gibt mir den jetzt, weil er den hat. Wie kann der sich in der Kiste einschließen, Mann? Wirklich, ne? Und wie kann er da überleben? Ich meine, wie lange... Kommt da der Luftzug durchs Schlüssel noch, oder was, ey? Ja, stimmt. Eigentlich kriegt man in der Kiste Luft. Ja, richtig gut. So kriegt man auch keine Klaus-Torophe wie, ey. Achso, wir müssen wechseln, oder? Wie gut sich die beiden immer absprechen, ey. Ja. Welche beiden? Ähm, mein Nachbar und seine Freundin. Achso. Ich muss jetzt erstmal überlegen, dass sie nicht spoil für den Stream. Die Namen? Ja. Du kannst noch weiter fliegen. Und da hast du einen Schabernack. Machst du den gleich? Funselblitz-Garaxie? Ähm, die gelben Schabernack sind auf Zeit, oder? 50 Sekunden. 50 Sekunden, go. 70, ey. 70, komm, übertreib das. Wir müssen... Ah, nee, da oben geht's noch weiter. Ja, dann mach ich den. Du hast doch gesagt, du bist hier voll der Japaner und so. Ja, ich mach jetzt hier den Speaker. Schläft sie doch? Nee, die Geräusche machen mich wahnsinnig. Kometen-Alarm. Die Octo-Armee der finsteren Seite. Das war die andere Armee. Das war die Octo-Armee auf der Eisseite. Ja, warum ist das? Das ist eine finstere... Nein. Ich würde sagen... Ich würde sagen, good luck. Have fun. And have fun. Aber ich sehe ja, wo sie laufen. Ja, genau. Du weißt doch, wie lange du brauchst. Ach, das ist die Aufzeit. Ah, guck mal, ich kann die helfen. Ja, kühl die einfach. Wo ist er hin? Du musst mir nur zeigen, wo die sind. Links ist er. Könntest du einen stehen lassen, damit ich ihn wieder sehen kann? Ach so. Alter, das war schon wieder so lange aus, ne? Du bist ja auch hart am Hardcore-Killen, weißt. Bin ich? Ist schon gut? Das ist ein nice KD, ey. Jetzt hätte ich noch einen Mund selbst gesendet. Ah, fuck. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit hatten wir über. 16 Sekunden, glaube ich. Alleine ist es echt schwer. Das glaube ich, ja. Ich bin ja hier quasi nur durchgelaufen gerade. Diesmal bist du aber schnell in den Stern reingegangen. Ja. Ist doch ein Speedrun. Ja, richtiger Speedrun, ey. Ich freue mich schon auf unser nächstes Let's Play. Ich auch, Alter. Das wird so geil. Ja. Vor allem, wenn wir da wieder gute Qualität haben. Ja. Ah, das wird so cool. Wir entschuldigen uns für die Qualität. Ja, aber ich kann mit dem USB-Video-Grabber nicht mehr erreichen. Nee, hier komme ich nicht weiter. Du musst hoch. Die hat Spaß gemacht. Rückländer-Galaxie? Ja. Hast du auch nicht lange gebraucht, ne? Nee, habe ich genossen. Habe ich genossen, ja. Raumschiff Mario kann noch weiter fliegen, Mensch. Und da ist nur einer, ey. Monster Arena. Ja, da muss man Bosse killen. Oh. Und ich nicht, ey. Wer will noch mal, wer hat noch nicht. Die hatten alle schon mal, die wollen noch mal. Das ist ein Kürbis. Doch nicht. Ich dachte, das sind Bosse. Ich habe einfach mal was gesagt, was ich nicht wusste. Du kannst doch nicht einfach Dinge behaupten, von denen du dir nicht sicher bist. Was? Du kannst doch nicht in irgendwelche Käfer reinlaufen. Ich habe ihn nicht gesehen, oder was? Jetzt sagt er, er hat ihn nicht gesehen. Ja, das ist die Wahrheit gewesen. Sprechen? Das ist ein Schild. Ja, dann brauche ich dir ja nie helfen. Nicht. Hier erstmal nicht. Erstmal gar nicht. Ne? Ne? Ja, 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 ja. Genau. Du verbrenst dir. Den kill. Hier, pass auf, warte. Ah, von hinten. Oh, guck mal, was du hier getochtet. Nein, oh. Bis jetzt geht's eigentlich nicht. Ja, das ist nicht schwer bisher. Nehmen wir einen Speichelpunkt, den wir mitgenommen haben. Was sind das für Flammen denn? Das machen diese Dinger hier. Guck, der macht jetzt so eine blaue Flamme. Oh, man muss vorher noch einen Schlüssel einsammeln, damit sich der Käfig jetzt öffnet. Das ist ja echt nicht wahr. Ich will zu Geistertöten. Ja, weiß ich schon. Ich muss eine Schildkröte einsammeln. Und jetzt anleuchten? Ja. Das ist ja cool, ey. Ich habe Luft für dich. Das haben wir so gut gemacht, ne? Ja, echt cool. Heute geht's. Da unten war ein Kevlar-Luma. Aber ist okay, war es nicht. Voll nicht, ne? Wir geben hier kein Geld. Wir haben hier eh nicht genug Sternteile. Ja, eben, ey. Wir geben hier kein Geld aus. Nee. Jedes Sternteil zählt, ey. Was muss ich hier tun? Sliden? Oh nein. Alter, uns haben nur fünf Münzen gefehlt. Ja, das ist echt ärgerlich. Ich denke mal so schwer ist es nicht, wenn man es weiß. Ja, weil uns fehlen jetzt zwei ohne, dass sie es wissen, gewusst haben. Ich habe schon eine, ich weiß wie ich nicht. Doch, eine ohne und dann verpasst du, ne? Das ist schon wieder ein Schlüssel einsammeln. Scheint wichtig zu sein. Gehört einfach dazu. Und es geht wieder in ein Rohr. Ach so. Ja, nicht festhalten, wenn es geht, danke. Ne, wieso? Lass ihn los. Ich lass ihn los. Du musst die weiche Seite von denen kippen. Ja. Alter, dieses Klicken ist ganz schön laut in der Filmbewegung, ey. Ich kann nichts dafür. Das ist so. Vor allem das Klicken hat sich nicht, also das hat dir nicht gesagt, wann es sich dreht. Es war einfach nur da. Klick, klack. Ja, wenn es dann wenigstens schneller klick, klack macht, wenn das Ding dabei ist, sich irgendwie so zu ändern, weißt du? Aber nein. Vor allem die Stehnteile, Alter. Das sind viele, ey. Das sind auch viele Hunde, Mensch. Der macht die Hand. Du kannst sie auch anhalten, wenn du möchtest. Soll ich? Ich bin egal, ey. Dir ist alles egal, weißt du? Wir sind hier ein Team. Ich biete dir meine Hilfe an, das ist dir egal. Ja, jetzt. Oh, nice. Jetzt. Nee, du bist tot, ey. Dann gehe ich nicht. Da stille mich nicht. Wird schon schwieriger mittlerweile. Ja, das stimmt. Wir kriegen irgendwie hier oder so? Ja, wir kriegen hier. Achso, ja, okay. Jo, alles geschafft. Bitteschön. Jetzt muss ich zurück und irgendein Bullshit machen, oder was? Ja, wahrscheinlich. Da ging es ja nicht weiter, oder? Ich glaube nicht. Oder es gibt noch einen in dem Level. Guck. Eben zwei beschissenen Sterne, ey, ne? Ja, das ist echt ein... Jawohl. Nein. Okay, doch nicht jawohl. Scheiße. Was willst du? Gib uns zwei Sterne. Zwei Sterne, bitte. Sturzflug. Ja, der Honigbien-Galaxie ist doch so ein Minispiel. Das hole ich mir jetzt. Ja, es gibt auch genug Kometen, Sterne, was weiß ich. Du kannst, glaube ich, auch in die erste Galaxie gleich gehen. Du musst auf Weltkarte oben. Ach, Mensch. Ach ja, der hat 20 Münzen-Kram. Ah, ja. Okay. Ah, ja. Okay. Mach ich, mach ich. Mach ich, mach ich. Ja, der... Du musst hier hoch. Hier? Genau. Du kannst es jetzt skippen. Du hast drei Minuten 47 geboren. Ja, so gegen zehn Minuten, ne? Ja. Eine Münze. Warte, ich bin auf den Raufen. Es gibt Münzen. Dann haben wir die Münze ein. Nehmen die Münze mit. Okay. Ist da auch eine Münze, ja. Ist Josch eher die Ruichi in der Münzen? Ruichi, wenn man den tötet, dann gibt der gleich 20 Münzen. Das ist genauso viel, wie ich brauche. Oh, hier ist der Lava. Da soll man auch nicht reingehen eigentlich. Wer hat die denn da hingestellt? Du darfst die nicht wieder in die Bleibereien machen, dann werden die wieder feurig. Ich weiß, was ich tue. Waren das alle? Ja, drei. Nur drei. Na dann. Pfeffern. Das ist jetzt cool. Die Dinger habe mir gefallen. Musik. Das war ja einfach. Nimm die Münze mit, ne? Ich bin ja da. Die Kisten. Die Kisten. Mach die Kisten kaputt. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Du hast eine Feuerkugel. Hättest du. Achso. Natürlich. Aber dann kommen ja die Dinger raus. Und keine Münze. Da ist auch keine Münze. Oh. Da ist gar nichts drin, was hilft. Du könntest nochmal die Feuerblumen einsammeln, um die Krabben schon wieder zu töten. Das hätte ich wirklich machen können, ey. Aber du kannst ja auch festhalten. Das könnte ich machen. Kriegt man die so gekillt, dass die Münzen droppen, ey? Ne. Du musst die von unten wegbringen. Das ist auch echt ungerecht. Die können dich nicht wehren, ey. Diese armen Tiere. Die wollten das nicht anders. Hast du schon mal Hummer gegessen? Ne, du? Ich war nicht. Ich habe nur gerade so an Hummer gedacht, wegen dem Krabben. Wegen dem Krabben hast du an Hummer gedacht? Das ist komisch, ne? Du hast echt komische... Assoziationen, ey. Echt. Die musst du platt stampen. Das ist doch ganz schön knapp, irgendwie, oder? Nein. Am Ende kommen noch drei Eisdinger. Ach ja, okay. Ne? Dann machen wir uns ruhig. Der Schlüssel, ne? Ja, genau. Ganz wichtig. Ganz wichtig, der Schlüssel. Zwei Spieler sind echt entspannt. Warum? Den muss man jetzt machen. Oh, das war knapp. Warum hat er sich so gedreht? Das habe ich nicht veranlasst. Du hast es so nicht veranlasst, ey. Du hast wahrscheinlich auch deine ganzen Fails nicht veranlasst, ey. Guck mal, ist voll knapp. Der droppt jeder eine Münze. Aber die muss ich hier mal einsammeln, bevor die verschwinden. Eine brauchst du noch. Zwanzig. Schnell. Ja, scheiß drauf, ist fast gestorben. Ja. Echt jetzt? War die Luft knapp, oder was? Nein. Ich habe da gar nicht drauf geachtet. Da ist er. Da ist er. Ne. Ne, 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 ne. Ne, lass mich hier holen. Nein, nein. Ich rede nicht mit dir. Abbrechen, abbrechen. Jetzt kommt er. Ja. Hier ist er. Münzenlummer. Der hat auch extra Münzen an seinen Griffeln. Weißt du, ist das mit Absicht so? Ja. Ich muss ihn gar nicht füttern, das macht er von allein. Ja, das hat mich letztes Mal auch gewonnen. Ich wollte auch auf den Ziel. Ja, ne. Aber, aber echt. Automatik. Ein neuer Planet wurde geboren. Das scheint ja nicht so viel zu sein. Naja. Mach deinen Mund nicht so weit auf. Das ist ein Boss. Den kennst du, oder? Oh, nein. Das scheint ja nicht so viel zu sein. Nein. Ist der Planet irgendwie ein bisschen klein? Kann das sein? Alter, das sieht echt nicht so einfach aus. Junge. Nein. Lass mich in Ruhe. Der öffentliche Lavafelder. Echt? Tatsächlich. Aber ich hab einen Heel dabei. Den darf man nicht mal berühren, ey. Stimmt. Der andere hat nicht mal gebrannt. Der andere hat nicht so gebrannt wie er hier. Komm schon, Mann. Noch einen. Ich hab ja nicht viel Bombo aus mitgekriegt, ey. Wieso? Das geht doch mal weiter. Jetzt wird er noch roter. Jetzt spuckt er Feuer. Boah, lass mich in Ruhe. Uff. Ach, was ist denn? Ich will eine Münze haben hier. Nein. Ah. Gehst du mich? Nein, geht ja nicht. Ich hab keine Münze. Ich sehe ihn überhaupt nicht. Fuck, ey. Ach, Mann. Der hat doch getroffen. Leck mich doch, ey. Ich hab' ich schon aufgemacht. Der war schon da? Ja. Fuck. Ich dachte, du musst den noch öffnen. Deswegen hab' ich stillgestanden. Ja. Oh je. Der ist echt nicht so einfach, ey. Oh je. Oh je. Wir können uns für 30 einen Kevlar, aber nein. Nein? Nein, zwei, nein, nein. Zigeunermor. Äh, Zigeunermor. Öffnen wir direkt, solange er noch unterwegs ist. Ja, ja, klar. Oh Gott. Jetzt regieren sie mich. Ja. Das hab' ich auch schon beim ersten Mal gemacht. Ja. Ja. Das war'n guter Anfang. Die, die hinter ihm am Kopf sind, die sind schwieriger, weil die zu schnell weg sind. Ja, ja. Jetzt hab' ich schön Zeit, mir die zu krallen. Ja. Und du hast nur einen Heels. Die ganze Insel ist voller Heels, ey. Kannst du nichts sehen. Scheiße. 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 Ja, es hat ihn. Wo bin ich denn? Da im Feuer. Ja, so viel Bullshit hier am Passieren. Alter, 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 ey. Ich versuche ja auch immer so eine Münze hier irgendwo zu finden, ey. Ja. Ich hab dich doch getroffen, oder nicht? Ich kann überhaupt nichts erkennen, ey. Da ist so viel Bullshit am Abgehen. Fuck, ey. Aber du stirbst recht häufig. Das ist schön für dich, ey. Scheiße, Mann. Geht der zweimal in die Erde eigentlich? Also, nachdem er einmal rein ist, nochmal auf einer anderen Stelle? Ich hab' nur so drauf geachtet, du. Ich stell' mir vor, Luke, du bist eine Leine, Mann. Yes. Okay, Phase 1 ist in Ordnung. Die hast du raus. Die hab' ich, die Strategie hab' ich raus. Aber jetzt wird er noch Lava-Rieger. So richtig Lava-Rieger. Und jetzt passiert hier einfach nur... Alles. Wo hat er mich jetzt... Ah, Mann, ey. Geh' weg. Öffner auf, öffner es. Ja. Nein, jetzt... Oh, nein, ey. Ich glaub' da hab' ich noch nicht. Ah, fuck it, ey. Da ist er. Fuck. Wo hat er mich denn getroffen? Konzentrieren. Und Ruhe. Alter, scheiße. Willst du dir wirklich keinen Kämpfer kaufen? Nein. Okay. Gib mir den hier. Ich hab' ja keinen. Okay. So, diesmal bin ich ausgewichen, ey. Das war nicht das Ding, was ich da reinziehe. Ja, aber genau dann kommt... Er nämlich... Wie, er hat nur noch ein Leben, oder was? Ja. Hier ist nichts mehr, ey. Ich weiß nicht, ob... Ich weiß nicht, ob noch irgendwas ist. Hier ist alles voller Lava, ey. Alter Schwede, ey. Der ist echt mies, ey. Da kommts. Da kommts. Nein, ey. Ich hab' doch geschüttelt. Du hast gesehen, dass ich geschüttelt hab. Was? Wie wild geschüttelt. Ich bin mir viel zu stolz für den Käffler, ey. Scheiß auf den Counter. Das ist Personal jetzt. Personal Enemy. Nee. Wir öffnen jetzt noch nicht die Steine. Erst die hier, bitte. Hat er den abgeblockt, oder was? Ja, aber die Steine öffnet er, ne? Ja. Ich weiß, du guck mal. Deswegen. Oh, yes. Das ist... Phase 1 geskippt. Ja, dann öffnen wir die hier erst. Das ist einfach sicher. Ja. Den Hit muss ich taken, einfach. Ja, aber du musst warten, bis er einmal geschnappt hat. Und dann musst du den... Nee, weiß ich auch nicht. Ah, shit, der war knapp, ey. Ja. Mit mir die Menze, yes. Was? Willst du mich verarschen? Gott, ey. Ich hatte nur noch dieses eine Stück, was ich ihm abhauen musste, ne? Hm, immer eins. Schon zweimal. Machst du das mit Absicht? Ja. Damit ich mehr spielen kann. Ich kenn's nicht mehr so alles schon. Ey. Alter. Ich kann bestimmen, wo er die Dinger macht. Ach, scheiße, jetzt hab ich gepennt. Lauf weg, lauf weg. Ich muss unbedingt die ersten von ihm... Nee, warte, wenn ich die hinteren mache, ist er in der Phase leichter. Ja, klar. Ja. Weil jetzt greift er zu, während er da seine Teile verteilt. Ja, und dann ist er nicht so schnell, ne? Eben. Lass mich die Menze. Die Menze, ja. Ich hab sie auch wirklich. Ich weiß nicht, wo die alle sind, ey. Die sind quer verteilt über seinen Kopf... ...Körper. Da ist hinter ihm einer. Ja, ist noch ein Moment. Ich hab einer dabei schon. Oh, fuck, okay. Der Kerl war. Und er schafft zu. Oh nochmal. Oh nochmal. Oh nochmal. Oh nochmal. lange Zeit keiner mehr, ne? Nur noch der hinter seinem Kopf, glaube ich. Ich kann überhaupt nichts sehen. Nee, ja, nee. Wie kriegt die jetzt, Alter, bin ich gut? Ich bin ein Sniper, Mann. Nein? Da ist der letzte, ey, wie... Du hast volle Leben unten und hier. Geht nicht, wenn er mich hittet. Ja, scheiße. Ja, kommen noch Kometen vom Himmel, ist okay. Oh, fuck. Hab ihn. Junge, das ist echt ein harter Boss. Auf dem kleinen Feld, ey. Das ist echt... Dann brennt der noch. Das ist schon krass. Gibst du mir... Nee, du musst nur einen Stern einsetzen. Ich hab noch einen anderen. Dann kriegst du einen großen. Da wird nur noch so einen kleinen Hubsstern für den Boss, ey. Ja. Und dann kommt der irgendwann mit dem Schaber nach Kometen, ey. Äh... Ein Leben. Ein Leben. Nein. Okay. Dann hätte ich 119 Sterne in dem Spiel gehabt. Ich werde gleich los, denke ich. Alles klar. Wir haben ja morgen noch... Und dann quasi jedes Wochenende. Naja, wir werden wieder ein bisschen mehr machen. Ja, wir werden mehr machen. Aber das wissen die das doch halt schon, weil wir... Obwohl, nee, jetzt... Was? Egal. Ich sag nichts. Was für er jetzt? Ne. Weil wir so lange daddeln, ey. Ja, oder wollen wir jetzt irgendwie dann... Ende machen erst noch? Ende machen bis morgen oder so. Ja. Warte. Warte. So. So. Hinterlasst Comments. Auf jeden Fall. Ja. Wir freuen uns wie immer nochmal darüber. Ja. Kommentiert einfach jeden verdammten Bart. Einfach alles. Egal was. Schreibt, wie es eurer Mutter geht. Ja, macht das. Komm. Schreibt mal. Bis dann. Ciao.